Hallo und schönen guten Tag hier von der EGX in Berlin. Wir sind hier zu Gast und haben uns natürlich ein paar schöne Playstation Spiele angeguckt. Zum einen hinter mir seht ihr es schon Wissen ist Macht Dekaden. Das ist ein Spiel aus der PlayLink Reihe. Kennt ihr vielleicht auch schon in einer etwas abgewandelten Form. Wissen ist Macht kam ja bereits raus für PlayLink und jetzt dreht es sich einfach darum, dass ihr am Anfang auswählen könnt, in welcher Dekade euer Quiz stattfinden soll. Da gibt es 80er, 90er, 2000er und 2010er und das macht das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender und übersichtlicher, weil ihr dann natürlich die Themenkomplexe dann zu dieser Dekade eingeordnet habt. Das ist schon mal der erste Vorteil, den ich persönlich viel cooler finde als bei der ersten Version des Spiels. Dann ist es auch so, dass die Ladezeiten wesentlich kürzer geworden sind, was natürlich ein Vorteil ist, damit man dazwischen nicht immer so das Gefühl hat, okay man sitzt jetzt hier und wartet und es passiert eigentlich nicht so viel. Das wurde auf jeden Fall verbessert und dann sind auch neue Zwischenspiele. Es gibt ja zwischen den Graterunden immer wieder so kleine Geschicklichkeitsaufgaben. Da haben sie auch ein paar Neuigkeiten reingepackt und das Ganze hat jetzt viel, ich sag mal, ein viel runderes Konzept. Es macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Ihr habt immer noch das Gefühl, ihr müsst so ein bisschen Trivia Wissen ausgraben. Ihr könnt euch immer noch gegenseitig Joker quasi vergeben. Das heißt, ihr könnt dem anderen einen Buchstabensalat geben, dass er nicht genau sofort weiß, welche Antwort er nehmen muss. Irgendwie Glibber verteilen, dass er erstmal seine Felder freikratzen muss. Das ist alles immer noch vorhanden, aber auch da gibt es eine ganz kleine Neuerung und zwar könnt ihr euch jetzt auch Vorteile selber zuspielen. Das heißt, ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, mir zwei falsche Antworten von Anfang an eliminieren zu lassen, was natürlich ganz hilfreich ist, wenn man sowieso keine Ahnung hat, was die richtige Antwort ist. Das war zumindest bei mir der Fall. Also es sind ein paar Neuerungen drin. Wie gesagt, dieses ganze Dekadending macht das Ganze viel, viel runder und interessanter dann auch und vielleicht auch cooler für Leute, mit denen ihr dann zusammenspielt, die vielleicht alle im gleichen Alter sind, die dann auch viel mehr Ahnung haben und viel mehr Wissen haben und Kategorien besser auswählen können. Das ist definitiv ein Fortschritt und deswegen an alle Quizfans da draußen, wenn ihr Bock auf Spieleabende und Playling habt, dann kann ich Wissensmacht die Karten guten Gewissens für euch empfehlen. Und ja, das war mein kleiner Eindruck hier von der EGX 2018. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Guckt euch auch noch die restlichen Videos auf unserem Kanal an. Dazu am besten das ganze Ding auch noch abonnieren, da würde ich mich sehr freuen und vielleicht auch noch ins nächste Video einschalten. Bis zum nächsten Mal.